Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer Runde Schmerz of Town. Mein Name ist Atomkraftwerk a.k.a. Atomix, a.k.a. The Boss, a.k.a. The Beast. Ja, eigentlich einmal eine Runde Zombie-Gamer. Schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Das ist eine Übung. Aber ja, wir gönnen uns trotzdem mal eine Runde. So, ich möchte erst einmal ein Vampir holen. Und dann ganz gechillt hier auf das Ding hoch. Und dann kann das fröhliche Geieren losgehen. Hier kann man so gut Geieren bringen. Komm. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Ach, Lade nach. Lade nach Bag Eife! Nachladebag wollte ich sagen. Naja, nicht dääähm. Er kauft sich einen Schrotflinten, der Hurensohn. Wie pisst ich da weg, ist mein Platz? Schön geieren, Freunde. Geieren, geieren, geieren. Wo es nur geht, zeig euch, der Platz ist ja auch der Beste. Am Anfang einfach da drauf, mit dem Auto-Aim, einfach runde Geieren. Da läuft das Ding. Ja, komm, lasst mich in Ruhe. Ich habe zwar die gleiche Technik, aber mit Schrotflinten und mit Schrotflinten, das ist einfach gay. Was macht ihr da unten? Verpisst euch! Das ist mein Platz. Verpisst dich! Ich hasse Leute, die nur am Messer sind. Ich hasse es einfach. Und jetzt mal einen Granate hochkicken. Ich habe mal einen Down vom Gegner-Team. Juckt ihn nicht. Oh, 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 oh! Schön geieren, Freunde. Schön geieren. Herrlich. So muss das gehen, Jungs. So muss das gehen. Ich sterbe doch wieder. So. 19 Kills. Und jetzt schon die dritte Runde an. Ich zeig euch, der Platz, Jungs, der Platz ist ja auch der Beste. Zum Geieren ist er einfach der fucking Beste. Sicher auch interessant zum zuschauen, wenn ich da stehe und... Hey! Willst du da nicht mein Zeug klauen? Ich habe schon mal gesagt, du sollst hier weg, das ist mein Platz. Jetzt. So, keine Munition mehr, Jungs. Ich mache das meistens Sorgen, bis sie keine Muni mehr haben. Oh, du bist so dämlich, Jungs. Hey, schau dir das an, Mann. Der Tommy macht einen Multi-Kill, ey. Schön. So, jetzt gehe ich hoch. Und gönne mir mal meine Waffen. Oh, ein Gombi. So. So. Und jetzt läuft das Ding. Ja, jetzt kommst du mit maximaler Munition, du Fotzer. So. So, dann abzunehmen. So. 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 So, ja, ich bin da auch nicht sozial und so, ich mach das auf Ego. Jetzt bleibe ich so lange hier oben, bis ich mir die Shaggy leisten kann. Und Double Tap wahrscheinlich. Alle zusammen dort oben. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Minderwertig, meine Freunde. Oh, da hängt ich. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Das Ding rollt, Jungs. Das Ding rollt. Ganz gemütliche Sache, Jungs. Ohne grosse Anstrengungen. Das Ding sicher nach Hause fahren. So, dann können wir uns die Shaggy holen. Oh shit, hat das geil ausgesehen? Nein, egal. So, kommen die Jungs, kommen. Oh, er hat den Cash von Shaggy geholt. Hat der Maskling. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Jungs. Nein, nein, da darf ich nicht nach. Komm, verpiss dich da nicht. Das sind Mini-Gombis. Ich hab gesagt, verpiss dich. Oh fuck, das hat mich einfach runtergezogen. Oh, okay. Oh, Gott, Gott. Oh Gott, ich versich's noch. Oh, oh. Komm da, komm da. Oh. Jungs, 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 das wird knapp. Und gut, Knapp ist übertrieben. Knapp ist wohl übertrieben, würde ich sagen. Oh, Jungs, sind ich so schlecht. Ich hab nicht gedacht, dass ihr... Ich hab schon gewiss, sie sind schlecht. Aber nicht, dass ihr so schlecht seid. Ich meinte, eine kleine Herausforderung wäre schon immer. Aber der letzte Lap, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, das wär's gewesen. Wir haben die Schmerzen abgehauen. Es tut mir leid, Jungs, dass es so uninteressant wurde. Ich hab gedacht, ein bisschen länger würde schon gehen. Aber egal, falls es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, abonnieren, was auch immer. Reingehauen!